Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und immer als Podcast. Immer sitzt hier ein interessanter Mensch mir gegenüber und hat sich die Mühe gemacht, Arzongs aus seinem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1, Hörbar Rust, heute mit El Hotzo. Tja, Sie erinnern sich möglicherweise an das Format Was bin ich? Was ist er? Jedenfalls nach eigenem Bekunden nicht die Stimme einer Generation. Zäumen wir das Pferd, der 25-Jährige hasst Pferde übrigens, mal von hinten auf. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wählte ihn 2020 unter die wichtigsten Kulturpersonen des Jahres. Der gebürtige Oberfranke wird als Twitter-Phänomen beschrieben, als Netzpersönlichkeit. Der Musik-Express sagt, dieser Gag-Vogel ist das Comedy-Phänomen der Stunde. El Hotzo, eigentlich Sebastian Hotz, ballert in gleichbleibender Qualität und Quantität an die 30 Tweets raus. Seit ungefähr vier Jahren jetzt. Auf Instagram folgen ihm knapp 700.000 Menschen, bei Twitter momentan knapp 140.000. Das mal dazu. Und jetzt herzlich willkommen, El Hotzo. Ja, es gibt dich wirklich. Du sitzt vor mir in Fleisch und Blut. Heute muss ich nicht nur lesen, was du schreibst. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein und es gibt mich wirklich. Beschämend echt, hallo. Jetzt habe ich gerade, als ich das nochmal gehört habe, überlegt, kannst du mit zehn Fingern, also schreibst du blind, tippst du blind oder bist du so ein Zwei-Finger-Tipper? Also erstens mal sehr selten überhaupt so am Laptop oder Desktop, sondern meistens auf dem Handy. Und dann natürlich bin ich ein Daumen-Tipper und das kann ich natürlich auch blind, das wäre ja peinlich, Gen Z zu sein, ohne blind tippen zu können. Ja, okay, Gen Z, da sind wir schon. Ansonsten an der Tastatur immer mit zwei Fingern. Also ich habe mal einen Zehn-Finger-Schreibkurs gemacht, in dem ich nur bestanden habe, weil ich betrogen habe. Wie hast du denn da betrogen? Man musste eine bestimmte Anzahl an Tastenanschlängen in der Minute schaffen, um diesen Schreibkurs zu bestehen und ein Zertifikat zu bekommen. Und ich habe das halt einfach mit zwei Fingern gemacht und irgendwie geschafft, unter der größten körperlichen Anstrengung zwischen meinen Lebensjahren 12 und 19. Und ja, also ich bin ein Faker sozusagen, auch an dieser Stelle. Auch an dieser Stelle, genau. Das ist nur ein Vorgeschmack. Also was dir wirklich zu eigen ist, ist, dass du, was du kannst und was du machst, regelmäßig relativierst. Man muss mal herausfinden, ob das, du sagst immer, es ist keine Koketterie. Und inzwischen glaube ich es dir auch. Wenn ich es noch 30 Mal wiederhole, ist es glaubwürdig. So funktioniert das. Gehen wir mal zurück zu genau dieser, warum hast du so einen Kurs gemacht? Ach, den macht man ja im Grunde, also aus zwei Gründen. Entweder man wird verpflichtet dazu, man wird gezwungen oder man möchte sich das Leben leichter machen. Also ich habe diesen Kurs gemacht, weil er in meiner Schule damals angeboten worden ist. Und ich dachte, das wäre so eine Insignie des Erwachsenseins. Also so, wenn man mit zehn Fingern schreiben kann, dann ist man schon, das hat so einen professionellen Touch, finde ich. Hat das auch. Und das war so ein vierstündiger Kurs in meiner Schule und dann habe ich den halt gemacht. Zehn-Finger-Schreibkurs mit so Symbolen, die man sich auf die Tastatur klebt, um das zu lernen, dass welcher Finger für welche Taste zuständig ist. Hat nicht geklappt, aber dafür muss man aufpassen. Ich glaube, ja, ich möchte jetzt mal all diejenigen, die zuhören und sich das immer schon mal vorgenommen haben, nochmal ermutigen, dass das tatsächlich, es gibt diese komischen Hefte. Und man kann das auch machen, wenn man nicht mal zur Schule geht und man kann das auch einfach machen, wenn man Bock dazu, das zu lernen. Und wenn sie sich mal auf ihre Tastatur, der eine oder die andere hat es vielleicht noch nicht gesehen, es gibt so kleine Hilfsnöppel, so auf dem G und auf dem H, glaube ich, oder genau daneben. Sodass die Finger immer wieder blind ihre Position finden, wenn man nicht auf die Tastatur gucken will. Und eigentlich macht das auch Spaß. Völlig egal. Aber ist das noch was, was man braucht? Zehn Finger schreiben? Weil ich habe das Gefühl, wir gehen weg davon. Ich glaube, das Gefühl, dass es vollkommen in Ordnung ist, langsam zu schreiben, weil auf die wenigen Sekunden kommt es wirklich nicht an, die man damit einspart. Was ich gut finde, und das müsste dir eigentlich auch entgegenkommen, ist, dass man der Geschwindigkeit der Gedanken näher kommt. Also beim schnellen Tippen. Wahrscheinlich tippst du aber mit zwei Fingern so schnell wie ich mit zehn. Das kann ich nicht einschätzen, aber ich freue mich für die Einschätzung, dass meine Gedanken schnell sind. Das sagt ja nichts über die Qualität aus. Also wenn ich jetzt sage, dass ich schnelle Gedanken habe, heißt das nicht, dass es gute Gedanken sind. Aber es hilft mir zumindest, wenn ich die sozusagen eins zu eins aufschreiben kann. Du hast ja eben schon Gen Z gesagt. Das ist die Abkürzung. Ich als altes Europa habe es sofort verstanden. Generation Z, hilf mir doch mal. War eine Zuordnung. Also Millennials, Generation Z, was ist das? Also ich habe von dieser Generationeneinteilung eigentlich erst erfahren, als irgendwann mal Mitte 2019 dieses Okay-Boomer-Meme groß war. Kannst du das übersetzen? Also das ist diese abfällige Antwort auf erwachsen und altscheinende Erklärungen. Zum Beispiel, wenn jemand lang erklärt, dass man einen zertifizierten Schulabschluss bräuchte, um das und das und das und das zu machen, dann antwortet man darauf mit Okay-Boomer. Oder wenn man abstreitet, dass es rassistische Strukturen in der Polizei oder in unserer Gesellschaft allgemein gibt, dann antwortet man darauf mit Okay-Boomer. Oder wenn jemand sagt, ich glaube, man braucht zehn Finger und du so, oh. Dann verdreht man nur die Augen und ist höflich, weil man befindet sich in einer Radioshow. Darauf folgend gibt es diese Gen X. Das sind wahrscheinlich die Väter der meisten Menschen in meinem Alter. Mein Vater ist der Grund-Boomer, könnte man sagen. Und genau, ausgehend davon gibt es noch die Gen Y. Das sind diese komischen Berlin-Mitte-Typen, die immer noch denken, dass der Man-Bahn eine Frisur wäre, die man sich zulegen müsste. Das ist dieser Schnurpsi auf dem Kopf, dieser Dutt. Genau. Aber da gibt es bestimmt auch weibliche Vertreterinnen. Sicherlich, aber das ist ja, das ist so der Prototyp. Diese Doku über diese Petitionsveranstaltung, die dieses Jahr im Olympiastadion stattfinden sollte. Hast du die gesehen? Nein, nein. Großartig, kann ich sie empfehlen an Fuck the World. Das ist Prototyp Gen Y. Weil das ist so Millennial, das ist so ein bisschen der Anschein einer Welt, in der noch alles okay ist, aber in der man sich so mit ein paar Petitionen dagegen wehren könnte, dass alles wieder gut wird. Wale, Wälder, Müll. Exakt. Also so, schon was Gutes tun, aber nichts wirklich richtig anpacken. Nichts Revolutionäres. Und Gen Z, die Zoomer, um das jetzt mal, das ist bestimmt wissenschaftlich alles absolut nicht korrekt. Und es ist auch absolut bescheuert eigentlich, Generationen so strikt einzuteilen. Aber es ist halt letztlich ein Internet-Meme. Das ist so die Generation, die in den 2000ern groß geworden ist. Dazu kann man mit viel Wohlwollen noch mich dazu zählen, weil ich bin ein 96er. Genau, eigentlich sind es aber die, die gerade so 17, 18, 19 sind und ja, gerade aufwachsen in einer Pandemie. Und das prägt, glaube ich, eine Generation. Abseits davon sind die einfach wirklich tausendmal funnier, als wir es je sein werden. Weil ja, es ist einfach sehr, sehr witzig, was uns denken kann. Na, da brauche ich schon eine Erklärung, warum die so lustig sein sollen. Also ich schätze, auch wenn das ein verbranntes Wort ist, ich schätze so TikTok-Humor sehr, der sehr auf Visualität aufbaut, der so sehr drastisch sein kann und der gleichzeitig nicht diskriminierend ist. Und trotzdem einen großen Haufen schwarzen Humor hat, einen sehr großen Haufen, ein bisschen so existenziell ist und über Themen redet, die vorher verschwiegen worden sind. Zum Beispiel so psychische Gesundheit zu einem Feld macht, über das man Jokes machen kann. Und das finde ich großartig. Okay, vielleicht musst du uns nach der ersten Musik nochmal einen kleinen Einblick geben. Weil TikTok ist kein Medium, das, naja, mehr als 40 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer nutzen, denke ich mal. Wahrscheinlich werden die meisten noch denken, dass Mütter mit ihren Töchtern synchron tanzen, nach diesen komischen, universellen Bewegungen. Das gibt es auch. Gut, aber es gibt offenbar mehr. Und erstmal Musik von dem Mann, der eben hier schon Einlass in diese Show, wie du sagst, bekommen hat. Dein Vater hat offenbar The Who gehört. Ja, das war die Band, die nach wie vor wahrscheinlich am meisten im Haus meiner Eltern gehört wird und wurde. Und ja, so natürlich in meiner früheren Kindheit und Jugend absolut prägend war für mich. Weil wenn das die ganze Zeit gehört wird, dann saugt man das automatisch in sich auf. Und das hat definitiv meinen Geschmack beeinflusst. Und ich durfte ja Songs mitbringen. Ja. Da freue ich mich übrigens extrem, weil das ist das erste Mal, dass ich so in einem richtigen Radioshow bin. Mit Musik, das fühlt sich toll an. Das finde ich richtig gut. Und dann auch noch öffentlich-rechtlich. Und dann auch noch öffentlich-rechtlich. Und dann auch noch öffentlich-rechtlich. Danke für eure Gebühren. Und dann auch noch öffentlich-rechtlich. So Leute, das hier ist heute, ja, Radio 1 nur für Erwachsene, aber auch für deren Kinder. Auch für eure Kinder heute. Wir haben jemanden aus der Sesamstraße eingeladen. Hier ist Kraft Saal. Hier ist El Hotzo, Sebastian Hotz. Aber tatsächlich hat er sich diesen Namen, es waren nicht die Sesamstraße, es waren die Simpsons, ne? Ja, genau. Die Genese meines Namens ist, dass ich, wie jeder männliche Teenager auf der ganzen Welt, glaube ich, halt die ganze Zeit Simpsons geschaut habe, mit so 12, 13, 14. Und die Figur Bart hatte so einen Straßennamen, so einen Graffiti-Tag und hieß El Barto. Und Homer hat sich das irgendwann mal so eingemacht und an irgendeine Wand El Homo gesprüht, was ich hilarious fand damals. Und dann habe ich halt mir so, als es an die ersten Accounts in irgendwelchen Foren oder bei Schülervorzeit ging, habe ich mich halt so genannt. Und irgendwann mal 2017 habe ich mir einen Twitter, 2015 oder so, habe ich mir einen Twitter-Account angelegt und habe mich dann halt auch so genannt. Und habe den, als ich dann so richtig angefangen habe zu twittern, übernommen und behalten. Weil warum soll ich dann den ändern? Ich bin ja, ich will ja so ein bisschen anonym sein. Und jetzt ist es leider Markenname. Ja, und das mit der Anonymität ist auch für die Katz. Also ich weiß, dass ich, ich bin nicht bei Twitter und nicht mehr bei Facebook, also jedenfalls nicht aktiv. Ich bin wahnsinnig viel bei Facebook. Ich liebe Facebook. Ist das jetzt schon Retro? Es ist für mich Retro und ich liebe es, da komplett unsinnigen Müll zu schreiben. Und die Vorstellung, dass so viele meiner Freunde aus Schulzeiten das lesen und sich denken, was ist denn da eigentlich los? Warum warnt er mich vor den Schlangen, die in meinem Fahrradrahmen stecken könnten? Oder erzählt irgendwelche unnötig diepen Geschichten aus irgendwelchen katholischen Jugendzeltlagern? Das freut mich. Das ist so eine komische Bühne, auf der man auftritt. Ist denn, kann man sagen, dass Facebook die Mum-Jeans unter den Plattformen ist? Es ist auf jeden Fall. Es ist aber auch so ein bisschen Anarchie, dadurch, dass halt so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Alltagsgruppen Facebook benutzen. Und da ist wirklich, da ist Menschheit. Das ist für mich echt. Das ist ein echtes soziales Netzwerk. Ich hatte halt das Gefühl, wenn ich jetzt nicht irgendwas promote, dass ich eine lustige Geschichte erzählen will oder irgendeine Überschrift, Unterschrift über irgendein Foto oder sonst irgendwas. Und die Reaktionen darauf, die quälen mich, die machen mich fertig, wenn Ironie nicht verstanden wird beispielsweise. Spielst du damit? Auf Facebook, sowieso überall mit Ironie. Aber es erdet mich, auf Facebook Diskussionen zu verfolgen. Sei es unter Lokalzeitungsartikeln oder in Tupperwarengruppen, in denen ich Mitglied bin. Du bist Mitglied in Tupperwarengruppen? Jede Menge. Das ist für mich ein kleiner Urlaub jeden Tag. Und wenn man da die Diskussionen über neue Modelle von Tupper, neue Aktionsangebote durchliest, dann merkt man, dass die ganze Zivilisation im Internet, die ganze Diskussionskultur im Internet eigentlich ganz okay ist. Weil man kann sich über alles zerfetzen und streiten, sogar über Tupperware und Nudelaufläufe. Und das ist wirklich, also wenn ich gefragt wäre nach den, fragt mich ja keiner, ich frag mich selbst, nach den Lehren, die ich daraus ziehe aus den sozialen Medien, ist wirklich, dass ich es unglaublich finde, dass bereits nach Antwort 3 auf ein völlig neutrales, harmloses Statement, meinetwegen sogar bei Insta, es irgendjemanden gibt und das ist kein Bot, der daraus eine feindselige Diskussion macht und plötzlich geht's los. Und ich hab das Gefühl, ey, ist denn die ganze Welt irre oder liegt das jetzt wirklich an Corona? Nein, die Welt war schon immer irre. So waren Menschen schon immer. Das wurde durchs Internet nur sichtbarer. Und ich glaube, das ist okay und es tut uns ganz gut, das zu sehen, dass wir, ja, in einer Gesellschaft leben. Und so ist es halt. Ja, oder in mehreren Gesellschaften, die sich irgendwie übereinander schieben. Wenn du jetzt sagst, dass du als Gen Z-Vertreter mit 100 Milliarden Followern und einer doch dadurch ausgewiesenen Expertise in so Tupperdosengruppen bist, ist das eine Herablassung oder was ist das? Es ist letztlich, glaube ich, so ein bisschen Belustigung darüber und so ein bisschen Katastrophentourismus. Ich bin ja in diesen Gruppen, weil ich diese Diskussionen und Streits darüber lesen möchte. Das ist natürlich herablassend, aber ich trete da unter meinem eigenen Namen auf und schaue mir das halt an und klicke mich dadurch mit Freude an dem Autounfall. Das macht Spaß. Ich habe große Freude an diesen hässlichen Orten im echten Leben und natürlich auch im Internet. Hässlich ist wirklich ein schönes Wort dafür. Ja, ich finde, es ist wirklich, also die Hässlichkeit, die manchmal innerhalb kürzester Zeit dort entsteht, ist kaum auszuhalten. Aber gut, wir gucken mal nach der nächsten Musik, die du mitgebracht hast. Willie J. Healy, habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ich kenne ihn gar nicht. Ich gehe davon aus. Subterranians. Sag, was das für ein Song ist und wie der in dein Leben gekommen ist. Dieser Song ist wie so viele davor durch einen Algorithmus in mein Leben gekommen, das ja definitiv die beliebteste Transportmittel von Musik mittlerweile ist. Und ja, ich habe durch diesen Algorithmus von Streaming Apps diesen wunderbaren Song entdeckt, der so ruhig ist und dich so ein bisschen schweben lässt, wenn man ihn hört. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn habe. Und ich habe mir einen anderen Songtitel tätowiert, selbst, auf meinen Fußknöchel von ihm. Zeig. Warte, Moment mal ganz kurz. Six, 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 kill. Ist auch ein guter Song von ihm. Kann man hören. Überall. Also kriegen wir jetzt irgendein satanistisches, rückwärts abgespielt, irgendwelche Tötungsbotschaften, nur dass wir es wissen. Ja, definitiv. Weil wir als öffentlich-rechtliche, okay, alles klar. Ja. Ja, definitiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sebastian Hotz ist heute zu Gast, El Hotzo, im Januar 1996 zur Welt gekommen, also wirklich Blutjunge 25. An welchem Januartag denn eigentlich? Das ist nirgends zu finden. Am 16. Am 16. Januar, okay. Genau. Bist du in Traindorf in Heiligenstadt geboren worden? Nee, zum Glück in einem Krankenhaus. Ich bin keine Hausgeburt. Das ist ganz schön. Auf jeden Fall ist es Oberfranken. Es ist das tiefste Oberfranken. Es ist so sehr, sehr ländlich. Also ich spreche oft mit vielen anderen dreckigen, zugezogenen Menschen wie mir darüber, woher man so kommt, weil ansonsten hat man ja keine Gesprächsthemen. Und dann sagen die immer, ja, ich komme vom Dorf. Und die nennen dann als Bewohnerzahlen irgendwas im vierstelligen Bereich. Und das ist für mich so die nächstgrößere Stadt, weil ich komme aus einem Dorf mit 100 Einwohnern. Das ist wirklich übersichtlich. Und mir wird, je größer die Städte werden, in denen ich wohne, wird mir immer mehr bewusst, wie unglaublich klein dieses Dorf ist. Das ist ganz komisch, weil ich glaube, in meinem Haus, in dem Block, in dem ich wohne, wohnen mehr Leute als in diesem Dorf. Und jetzt in Berlin? Ja, genau. Okay, du bist vor einem halben Jahr ungefähr nach Berlin gezogen. Ungefähr vor einem halben Jahr, genau. Das heißt, ich kenne Berlin als eine Stadt, die immer aussieht wie sonntags um vier Uhr morgens, weil alles zu hat. Ach ja, stimmt. Natürlich, ja klar. Lockdown. Lockdown. Lockdown total, ja. Aber Berlin ist auch sonst so. Du hast dir jetzt gedacht, lustige Leuchtreklame und dieser ganze Kram, das gibt es schon lange nicht mehr. Genau, ich habe mir Berlin wie 60er Jahre New York vorgestellt. Alles, da dachte ich, sieht aus wie der Times Square mit so großen Pepsi-Werbungen. Schade. Traiendorf, gibt es in der Nähe Diskotheken? Und wenn ja, wie heißen oder hießen die? Also, wenn ich über Diskotheken rede, die ich als Jugendlicher irgendwann mal zwischen 15 und 18 besucht habe, rede, dann rede ich immer über eine. Und das ist das sogenannte Lloyds, der Live-Club in Gunzendorf mit angeschlossener Brauerei und einer Gastwirtschaft. Auch im absoluten Nichts. Und da hat sich so der größere Kreis der Jugend auf der Schule, in der ich war und so weiter und drumherum versammelt. Und das war so ein Anzugspunkt, der jeden Freitag, jeden Samstag, zumindest für eine Zeit lang angesteuert worden ist. Und ja, es gab so die klassische Dorfdisco, die klassischste aller Dorfdiscos. Die bestand aus zwei Areas, wenn ich das jetzt mal so fortführe. Und in dieser Live-Area spielt immer eine Band. Und diese Band war in meiner Erinnerung immer entweder eine Onkels-Freiwild- oder Tote-Hosen-Cover-Band. Oh, okay. Und schon auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall deutsch gesungen werden. Und dann gab es noch so einen Club, in dem so die Top-100-Hits Deutschlands auf so einem Windows-Media-Player-Laptop im Zufälligkeits-Wiedergabemodus abgespielt worden sind. Aber auch deine Großmutter hatte, was war das? War das eine Gaststätte oder war das eine Kneipe? Das war eine klassische Dorf-Schenke, eine Kneipe. Der Dorfkrug. Der Dorfkrug, okay. Also konntest du da mittags Bratkartoffeln essen gehen? Nein, um Gottes Willen, das ist weit vor meiner Zeit gewesen. Das Ding hat irgendwann mal in den 80ern zugemacht. Das Einzige, was davon noch gezeugt hat, war der Geruch nach Schal im Bier und Zigarettenrauch, als wir diesen Gastraum dann tatsächlich mal renoviert haben. Das war wirklich irre. Das war 30 Jahre nach Schließung dieser Kneipe. Und die Holzverteffelung in diesem ehemaligen Gastraum wurde runter von der Decke gemacht. Und ein Roch ist wirklich wie in der Kneipe. Ein Roch ist wirklich beängstigend stark nach Bier, Rauch, Männerschweiß und allem, was Menschen sonst noch so aus uns dünsten. Und irgendwie hat man, finde ich, sofort so ein Bild vor Augen. Diese schweren, schweren Stammtisch-Aschenbecher zum Beispiel. Großartig. Was habt ihr damit gemacht? Habt ihr die verschenkt? Habt ihr die behalten? Also dieses Haus war tatsächlich, auch als ich darin gewohnt habe, immer noch so ein bisschen geprägt davon, dass halt früher hier mal eine Kneipe drin war. Das heißt, es waren so diese klassischen großen Zierschilder mit Biermarken drauf an den Wänden. Die Stühle waren diese sehr klassischen 70er-Jahre-Kneipenstühle aus sehr leichten Holz. Genauso wie ein Tisch. Der hatte so eine emaillierte Oberfläche. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Das war halt so ein beschichteter Tisch, der immer, egal wann man ihn abgewischt hat, immer klebrig war. Er war immer klebrig. Und ansonsten auch so viele kleine Details. So ein Kühlraum mit einer schweren Tür, in der mal so die Fässer standen und so. Und auch mal ein Junge mit zwölf sich hat einschließen lassen. Das war ein großartiges Erlebnis meiner Kindheit, absolut. Da habe ich mich einsperren lassen als kleine Mutprobe. Und dann ist der Schlüssel abgebrochen und jemand musste mich rausflexen aus diesem ehemaligen Kühlraum. Großartig war das. Hast du seitdem irgendeine Art von wiederkehrendem Traum? Ja, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, glaube ich. Ich habe zwei wiederkehrende Träume. Und da würde ich gerne mal auch auf diese Hörerschaft hier mal einen Appell richten. Ich habe einen wiederkehrenden Traum, bei dem ich mir mit den Zähnen meines Oberkiefers die Zähne meines Unterkiefers rausdrücke. Aber ich weiß, dass ich nicht mit den Zähnen knirsche. Hat der Traum darüber hinaus noch irgendeine Art von Handlung? Nee, absolut nicht. Doch, meistens die Handlung, dass ich das dann so bemerke und mir denke, ist ja nicht so schlimm, ich bin ja Zahnzusatzfüttlicher. Und das finde ich irgendwie... Das ist die Art von Handlung, die uns sofort... Ich meine, na klar, wir kriegen sofort 20 Analysen jetzt durch diese... Wenn mir mein Gehirn selbst im Moment absoluter Freiheit, wenn es träumen kann, von Zahnsusatzversicherungen redet, ist bei mir einfach schade. Das zeigt, dass du dann doch nicht ganz auf Sicherheit verzichten kannst. Auf keinen Fall. Ich bin ein ängstlicher, vorsichtiger Mensch eigentlich. Ja, ähm... Und ich bin Zahnzusatzversichert. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe vor 120 Jahren mal gelesen, komisch, dass ich mir das gemerkt habe, fällt mir jetzt ein, dass Cheryl Crowe einen wiederkehrenden Traum hat, sie würde all ihre Zähne verlieren. Und dass das ein Zeichen sei für Angst vor Kontrollverlust. Das finde ich interessant. Aber ihr geht es ja gut, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht. Wann hast du Cheryl das letzte Mal gesprochen? Ich weiß auch gar nicht. Ich habe gar kein Gesicht dazu. Vielleicht ist es auch ein Mann. Dann sagst du so, wie das ist. Aber es geht ja ganz gut, oder? Für einen Smalltalk hätte es gereicht. Für einen Smalltalk hätte es gereicht. Das weißt du nicht. Und der zweite wiederkehrende Traum? Der zweite wiederkehrende Traum ist der, dass ich einen Busunfall habe in einem Doppeldecker. Und es gibt so diese Stadtbus-Tour-Doppeldecker, die oben ein offenes Verdeck haben. Und ich träume immer, dass ich oben bei einer Vollbremsung rausgeschleudert werde. Und dann mich selbst, meine eigene Leiche sehe. Und meine, das ist ein sehr morbider Traum. Und mein Panikmoment ist in dem Moment, warum sehe ich meine eigene Leiche? Warum gibt es mich noch? Ich bin ja eigentlich tot. Und mein Problem ist nicht, dass etwas gestorben ist, sondern dass etwas nicht in Ordnung ist. Und manchmal habe ich noch die Angst dazu, scheiße, wenn ich jetzt meine eigene Leiche gesehen habe. Vielleicht bin ich jetzt so traumatisiert, dass ich nicht mehr witzig bin im Traum. Und das ist auch ein unnötig komplizierter Traum. Und ich möchte wirklich sehr, sehr gerne klassische Träume haben, Fallträume, Mordträume, Fliegträume. Aber schade, ich kriege nur sowas. Ich finde, dass du in diese Eigeninterpretation, dass sich da das Wort Clown reingedrängelt hat förmlich. Liebe Grüße, Sigmund Freud. Oder? Da ist doch Freud, der haut uns doch hier gerade, der tritt uns förmlich die Tür ein. Ich weiß zwar nicht, wie wir es interpretieren sollen, aber du hast dich selbst mal als Clown im Internet bezeichnet, weil alle immer versuchen, das zu labeln. Was bist du? Bist du jetzt Sprachrohr deiner Generation? Bist du Twitter-Phänomen, Twitter-Star? Was es nicht alles gibt. Und du hast irgendwann mal gesagt, ich bin ein Clown im Internet, wohlwissend, denn solche Sachen weißt du, dass die wenigsten Menschen Clowns mögen. Aber du bist sehr beliebt. Wir lieben Clowns. Nee, wir sind ja zum Glück weit weg von diesem klassischen rote Nasen, weiß geschminkt Clown. Wer sind wir? Als Gesellschaft. Wir ist immer Gesellschaft. Nein, also wir, richtige Clowns treten ja nicht mehr auf. Also, ist das noch ein Ding? Also im Moment ja wahrscheinlich sowieso nicht, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass in so, wenn es noch Zirkusse gibt und wenn das der Plural ist, würde ich sagen, dass der ein oder andere jetzt gerade arbeitslose Clown-In gerade denkt, ey Leute, natürlich gibt es mich noch. Unglaublich witzige Sitcom-Figur. Was denn? Also so klassische Zirkus-Clowns. Also so arbeitslose Zirkus-Clowns. Unglaublich witzig. Ohne diese Schicksale jetzt klein zu reden zu wollen, das ist funny. Ansonsten, ja, der Clown als Konzept ist ja so jemand, der sich so selbst ein bisschen erniedrigt, um andere zu belustigen. Und das finde ich eigentlich gar kein so schlechtes Wort für mich. Und außerdem ist es natürlich so ein bisschen Kroketerie und redet mich klein, damit ich nicht so bedrohlich wirke und mich selbst ernst nehmen muss. Weil wie schlimm wäre es, wenn man irgendetwas ernst nehmen müsste und für etwas Verantwortung beziehen müsste. Ja. Fürchterlich. Ein Albtraum, ein echter Albtraum. Das wäre der echte Albtraum. Das wäre der echte Albtraum. Scheiß auf den Doppeldeckerbus. So ist es. Im Übrigen ist diese Stadt, in die du jetzt gezogen bist, quasi ein Biotop voller Doppeldeckerbusse, wenn sie erst wieder dürfen. Du wirst eines Tages, wenn hier dieser ganze Spuk vorbei ist, die Augen aufmachen und denken, oh Gott, überall Doppeldeckerbusse. Und vielleicht wirst du dich dann oben in einen hineinsetzen und bei irgendeiner scharfen Bremsung dieses Trauma, dieses Traumtrauma verlieren. Endlich überwinden. Und dann drücke ich mir alle Zähne des Unterkiefers raus, mit den Zähnen meines Oberkiefers und dann bin ich endlich Albtraum frei. Aber dann filme es bitte und schicke es uns. Das würde bestimmt alle Menschen freuen. Die Menschen lieben Zähne. Die Menschen lieben Zähne. Wenn du jetzt stirbst, ist das dein letzter Satz gewesen. Die Menschen lieben Zähne. Das sticht dahinter. So, Jay-Z hast du mitgebracht. Eigentlich weniger Jay-Z als vielmehr diese fürchterliche, in Anführungszeichen, Kombination mit Linkin Park. Anfang der 2000er, als man dachte, man müsste jetzt auf Brechen die Kombination aus so Metal und Rap versuchen, was so mittelgut funktioniert hat auf diesem Album. Aber der Remix aus dem Song Namp und Encore von Linkin Park und Jay-Z ist für mich stilprägend. Weil es ein irres Vorhaben ist, das kombinieren zu wollen und weil dieser Song, um es im Jugendjargon zu sagen, schiebt. Jugend, aus deinem Wort, ist sowas Verächtliches in meine Richtung geschleudert. Böse. I'm tired of being what you want me to be Feeling so faithless Lost under the surface Don't know what you're expecting of me But under the pressure Of walking in your shoes I'm caught in the undertow, just caught in the undertow Every step that I take Is another mistake to you I'm caught in the undertow, just caught in the undertow Das ist so lustig, dass dieser Song dank mir nochmal airtime bekommt im Jahr 2021. Da lacht er sich tot. Sie werden jetzt fragen, wer ist denn das? Das ist El Hotzo. Unser heutiger Gast, der sich wirklich amüsiert über den Song, der tatsächlich aber erst in ein paar Minuten kommt. Und 700.000 Instagram-Follower hängen vor ihren Radio-Geräten und hören jetzt mal, na dann sind wir es halt, dann sind es halt Sie und ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn Sie uns ein E-Mail schicken möchten, hörbar.radio1.de Okay. Bist du mit dem Herzfehler zur Welt gekommen? Ja, aber es ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, okay. Das ist also auch nicht der Grund, warum du beim Fußballspielen jetzt nicht so, oder öfter auch mal aus Wechselspieler warst. Das liegt wahrscheinlich an dem Asthma, das ich immer noch habe, aber auch das ist nicht so schlimm und auch an meinem absoluten Mangel an Talent. Also das ist wirklich beeindruckend, wie wenig motorische Fähigkeiten ich habe und ich konnte die auch leider weder durch Einsatz oder Wille wettmachen, weil mir einfach wirklich jede körperliche Begabung für diese Sportart gefehlt hat. Dafür mag ich Fußball immer noch sehr, sehr gerne und beschäftige mich gern und viel damit, weil es einfach eine schöne Abwechslung zu dem ist, womit ich mich sonst beschäftige. Das ist herrlich. Und als jemand, der als Asthmatiker und jemand mit einem Herzfehler, bist du Risikogruppe. Bist du schon geimpft worden? Leider nein. Möchtest du schnell geimpft werden? Ich würde gern so schnell wie möglich geimpft werden, damit ich wieder Handläufe in Schwimmbädern ablecken kann. Das wäre jetzt die übernächste Frage zu deinen Zwangshandlungen. Welche gibt es noch, zu denen du dich jetzt hier bekennst? Hast du wirklich irgendwas, wo du so sagst, das muss ich machen oder da bin ich abergläubisch? Was ich extrem oft mache, ist dieses typische Fahren durch die Haare. Das habe ich mir irgendwann mal antrainiert, auch aus Unsicherheit, denke ich. Er hat sehr viele Haare. Er hat sehr viele, sehr dicke blonde Haare. Und auch wenn du das vorhin so weggelacht hast, bevor das Mikro, bevor die Sendung losging, du hast jemandem gegenüber mal erwähnt, du wärst auch nicht unglücklich, ein paar weniger Haare zu haben. Das war ein Gag, weil wir darüber geredet haben, dass ja dieses ständige Tragen von Mützen, von Caps Haarausfall eher begünstigt. Und dass das ein Teufelskreis ist, in dem man gerade als Mann, der sich langsam Richtung mittleres Alters bewegt, ich noch nicht, aber andere, in dem man sehr leicht kommt. Weil dann setzt man eine Mütze auf, damit man… Um das zu kaschieren, ja genau. Und dann beschleunigt sich das eigentlich noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Genau, schade. Aber so ist es. Und das wird auch mir bevorstehen. Und dann habe ich, dann sind die Zeiten der langen, zotterlichen, blonden Haare vorbei. Aber das ist dann so. Damit muss ich umgehen. Genau. Zwangshandlungen ansonsten? Oder irgendein Aberglaube, dass du irgendwie, keine Ahnung, nicht durch, na wann geht man schon durch Leitern durch? Das wäre echt cool. Also ich finde, es gibt so viele seltsame Aberglauben, die sich entwickelt haben und auch so Sprichwörter, von denen ich nicht weiß, woher sie kommen. Ich denke in letzter Zeit oft über den Satz, besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach nach. Und ich verstehe diesen Satz nicht. Nichts daran ist eindeutig besser als das andere. Und für keins von beiden lohnt sich, Risiko zu gehen. Ich möchte keinen Vogel haben. Das ist die Option, die mir da fehlt. Und was ist mit deiner Aversion Pferden gegenüber? Ich möchte, auch wenn das ein öffentliches, rechtliches Programm ist und man unparteist sein soll. Hattest du was mit Sex zu tun? Leider nein. Aber ich möchte einfach sagen, Pferde sollen sich ficken. Das ist leider so. Pferde sollen machen, was sie wollen, aber weit weg von mir. Bist du jemals getreten, abgeworfen worden? Bist du als Trapezkünstler vielleicht? Irgendwann hast du dich in eine auf dem Pferd stehende... Mein Vater hat mich gezwungen, viele Winnetou-Filme zu sehen. Pferde Fleisch zu essen. Vielleicht kommt es daher. Ansonsten ist es einfach eine persönliche Aversion. Und ich finde, ich kann ein paar Feinde vertragen, auch außerhalb des Internets. Und deshalb würde ich mich gerne hier öffentlich auf der größtmöglichen Plattform mit Pferden anlegen. Dafür liebst du Hunde. Ja. Und meiner guckt in dem Moment, guckt der dich an. Ich habe eine große Sympathie zu Hunden. Das ist okay. Und ja, was Pferde nicht sind, haben für mich Hunde. Ihr habt ein bisschen ab vom Schuss gelebt. Du hast ja schon gesagt, das war ein relativ kleines Dorf. Und was dich gerettet hat, du gehörst zu dieser Generation, ist das Internet. Es gab es nämlich da schon. Also im Gegensatz zu anderen Gesprächspartnern oder Partnerinnen, die ein bisschen älter sind und die dann sagen, ja, ich musste dann den ganzen Tag lesen oder Harfe spielen oder so. Peinlich. Konntest du dich ins Internet retten. Hast wahrscheinlich demnach auch die Anfänge von Facebook und so weiter mitbekommen. War das gut? War das fancy? Also ich habe die Anfänge von Facebook in Deutschland mitbekommen. Ich habe das irgendwann mal 2009, ja, 2009 mich zum ersten Mal angemeldet. Also fünf Jahre, nachdem Facebook überhaupt gegründet worden ist. Und Facebook war so Second Wave Social Media für mich, weil die erste in Deutschland waren ja diese ganzen… StudiVZ und sowas, ne? StudiVZ, SchülerVZ. MySpace war ja auch schon amerikanisch und irgendwie cool. Aber diese ganzen alten deutschen sozialen Netzwerke, wer kennt wen, lokalisten.de. Tolle, tolle Sachen, die wir irgendwann mal in einem digitalen Museum bewundern werden können. Weil das ist unglaublich, dass wir mal damit zurechtkamen. Aber das ist überhaupt, dass es ein Netzwerk gab, das eine Zeit lang, ich habe das nur von außen verfolgt, ich war nicht Teil dessen, aber das StudiVZ heißt. Ja. Das ist aber auch schon wieder ganz süß, oder? Es ist wirklich so die Entdeckung des Internets. Und so wie wir über irgendwelche Neandertale lachen, so ein bisschen zumindest, und uns überlegen fühlen, so schauen wir jetzt auf die erste Evolutionsstufe des Internets und auf solche älteren Social Media Websites. Du hast vorhin erwähnt, die Simpsons hast du geguckt. Würdest du sagen, was war in deiner Familie, in deiner Erziehung wichtiger? Punkte zu machen über Humor oder über Wissen beispielsweise und gute Zensuren? Komplett Humor. Also es ist natürlich, natürlich waren meine Eltern daran interessiert, dass ich gute Schulleistungen habe. Da habe ich mich aber selbst unter Druck gesetzt, weil ich das irgendwie als eigenes Statussymbol haben wollte. Aber ansonsten war definitiv jemanden zum Lachen bringen, witzig sein, zur Not auch mit Lügen. Etwas, was in meiner Familie damals wie heute extrem wichtig ist. Und ich glaube, das tut gut, wenn man so diesen, das tut gut, aber kann auch unglaublich nervig sein, diesen Drang, lustig zu sein, in jedem der Anwesenden bei so einem Abendessenstisch hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Einmal kannst du sein wie so eine Ballmaschine und rausdonnern, rausfeuern, rausfeuern und gar nicht merken, dass die anderen vielleicht in einer anderen Stimmung sind. Ist es das? Das meinst du nicht? Es geht eher darum, oder wie würdest du es jetzt beschreiben? Es geht eher darum, dass man vielleicht Differenzen und eigentlich Streitthemen weglächelt, indem man halt die ganze Zeit Witze macht. Und das kann sehr nervig sein und war es definitiv auch. Und gerade dieses Lachen über Dinge, die den anderen eigentlich gerade wehtun oder verletzen, war auf jeden Fall auch in meiner Familie ein Thema. Weil bevor man sich mit einem Thema ernsthaft auseinandersetzt, hat man einen Witz drüber. Das ist ja viel einfacher. Okay, und dann kann man noch unterscheiden, auf eigene Kosten oder auf Kosten anderer. Genau. Und ein Witz, der zu jedem Zeitpunkt auf Kosten anderer okay ist, ist im Zeitpunkt eines angespannten Verhältnisses zu dieser Person, zum Beispiel zu meinem Bruder, auf einmal dann taktlos. Und ich glaube, daran entzünden sich viele richtige Streits dann. Aber so ist es dann. Kann sein. Ganz kurz würde ich gerne einhacken bei dem Wort Lügen. Du hast gesagt, notfalls auch mit Lügen bei dem Humor. Ja. Wir lieben die Lüge. Wer ist wir? Ist das wieder die ganze Generation, die Welt? Nein, ich liebe die Lüge. Warum? Weil es unglaublich unterhaltsam ist, in jeder Realität leben zu können, außer der eigenen. Und letztlich gibt sich ja der Reiz von Geschichten auch zum großen Teil daraus eben in die Realität eines anderen Menschen einzutauchen, bei der es eigentlich egal ist, ob sie existiert oder nicht. Und deshalb ist die Lüge letztlich die Basis jeder gut erzählten Geschichte. Und ich bin ein großer Freund der Lüge. Erstens, weil sie ein wahnsinnig hilfreiches Werkzeug ist, das wirklich sehr viel Frieden schaffen kann, solange sie nicht aufgedeckt wird. Und ja, letztlich ist die Lüge dieses Vorspiegeln falter Tatsachen, das Erzählen nie passierter Geschichten, das, was ich ja den ganzen Tag mache. Und das ist für mich etwas, womit ich mich sehr, sehr wohl fühle und womit ich natürlich die moralischen Verstrickungen sehe, aber in einem Unterhaltungskontext liebend gerne ignoriere. Ich habe tausend Fragen, die ich jetzt hier gar nicht mehr unterkriege. Vielleicht können wir das Thema Lüge im zweiten Teil der Hörer noch mal aufgreifen, wenn es dir recht ist. Gerne. Gerne. Das waren auch viele, viele provokative Statements, die ich hier gerade in einem Bit gebracht habe. Es ist zumindest, ja, es ist eine gut durchblutete, gut durchmassierte, ein Themen-Kotlet sozusagen. Köstlich. Und ja, ich bin, du willst auch, glaube ich, ein Buch über die Lüge oder über das Lügen schauen, oder ist es eine Lüge gewesen? Who knows? Oder ist es eine Vermarktung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es interessant. Aber der Mann, der du heute bist, der geht ja oft mit so einer, tja, mit so einer, also wenn ich jetzt sage demonstrativ zur Schau gestellten, klingt es abfällig, so meine ich es nicht. Ich würde es gerne so neutral wie möglich formulieren, aber du sagst Selbsthass, Selbstverachtung, Minderwertigkeitskomplex. Das sind die Worte, mit denen du dich selbst oft beschreibst und mit denen du auch in Interviews sagst, ja, ich bleibe wahrscheinlich schon auf dem Boden, trotz dieser ganzen Verantwortung dieser vielen Follower. Ja, aber auf dem Boden bleiben würde ich von mir auch behaupten, wenn ich schon längst abgehoben wäre. Das ist ein sehr subjektives Statement und eine Selbsteinschätzung, die oft auch einfach falsch sein kann. Gut, aber was hat es mit diesem Selbsthass oder diesem Selbstzerstörerischen auf sich? Also ich kann vieles, was ich mache und mich selbst oft nicht besonders gut leiden. Was heißt das? Ich schaue da mit Verachtung drauf und weiß, warum Menschen sich über mich lustig machen und über das, was ich tue, weil es halt auch einfach wirklich von außen betrachtet komplett lächerlich ist. Okay, aber hilf mir das zu verstehen. Du schaust da mit Verachtung drauf. Also splittest du dich. Bist du der eine, der dem anderen zuschaut? Auf eine Art ja. Also ich glaube, ich kann das, was ich tue und das, was ich mache und das, was ich nach außen hin bin, ganz gut aus so einer dritten Perspektive beobachten. Und von außen betrachtet, dass es halt einfach irgendein Typ, der die ganze Zeit, seit ein paar Jahren Witze im Internet macht und jetzt in der Leere der Pandemie auf einmal durch die deutsche Medienlandschaft gejagt wird, der irgendwie linke Statements macht, der irgendwie antirassistische, antikapitalistische Statements macht, aber am Ende halt einfach nicht das Risiko geht, tatsächlich aktiv zu sein, sondern einfach nur aus seinem, ja, auch wenn es ein blöder Schlagbegriff ist, aus seinem Elfenbeinturm dahin twittert. Und so wirkt es nach außen und so sehe ich mich auch oft selbst und das nervt mich. Du könntest es doch ändern. Ja, aber dafür bin ich zu faul und zu bequem. Das kann dich nerven. Das ist okay. Aber das andere doch nicht. Ich finde, mich kann beides nerven. Ja, wenn du dich so eingerichtet hast und wenn das deine inneren Strukturen sind, also ich denke, und das mag vermessen klingen und das ist es wahrscheinlich auch, oder altklug, ich glaube, du würdest nicht weniger Output und keinen schlechteren Output von dir geben, wenn du dich da versöhnlicher dir gegenüber zeigen würdest. Ja, aber vielleicht möchte ich mich an dieses letzte bisschen Edginess klammern, um zu denken, dass ich nicht irgendein austauschbarer Berliner Medienmensch bin, sondern noch irgendwas Besonderes weiß ich. Berliner wirst du so schnell sowieso nicht. Das kannst du dir abschminken. Hier, dein halbes Jahr Berlin hier, nein, 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 selbst nach 20 Jahren bist du kein Berliner Medienmensch. Aber von außen betrachtet, von Nicht-Berlin bin ich ein dreckiger, zugezogener Berliner. Herrje. Herrje, meine. Mein Gott, mein Gott, ist das kompliziert. I set my friends on fire, hast du mitgebracht. Genau. Crank that. Also, was hat es damit auf sich? Du hast eben schon so darüber gelacht. Ich erstens mal, wie geil ist es, dass dieser Song nochmal Airtime bekommt. Was ist das denn? Was erwartet uns? Ich kenne ihn gar nicht. Also, es ist eine, um es mal plakativ zu formulieren, eine Emo Screamo Band namens I set my friends on fire. Emo Screamo? Aus den frühen, wir werden es gleich hören. Aus den, aus den, aus den, aus Mitte der 2000er, die einen Soldier Boy Song, eine klassische Partyhymne, nämlich Crank That, gecovert haben. Das kommt aus so einer Ende der Nuller Jahre Herangehensweise, dass man, dass es halt Klickzahlen bringt auf MySpace, wenn man Pop Songs auf so eine, auf seine, auf so eine Hardcore und Emo-Ästhetik getrimmt covert. Deshalb, das ist eigentlich eine ganz klassische Clubhymne, die jetzt aber mit so Scream-Teilen... Oh Gott, ist das so ein Schreien? Das ist ein wirkliches Schreien. Oh. Und, äh, das fand ich, äh, ja, so um 2010 rum großartig und, äh, wir hören jetzt diesen Song. Wie cool ist das denn? Bitte kommen Sie zurück, kommt zurück, falls ihr jetzt gerade, falls es too much ist, oder macht's lauter. Radio 1 Hörbar Prost Zu Gast ist heute Sebastian Hotz, El Hotzo, und ich habe Ihnen Holland Oats mitgebracht, I can't go for that. Hier sitzt er also, El Hotzo, und, ähm, ja, viele... Und ja, und was, ja, ja, was... Das war auf jeden Fall eine Anmoderation, die mich ehrt. Ich habe überlegt, alle spitzen jetzt ihre Bleistifte, hätte ich fast gesagt, aber Bleistifte gibt es, hast du jemals mit einem Bleistift geschrieben? Ja, selbstverständlich. Wirklich? Es ist nicht so, dass ich vorgestern geboren wurde. Nein. Ich kenne Bleistifte. Du kennst Bleistifte. We exist, ja. Aber du hast keinen Anspitzer zu Hause. Doch, natürlich. Ich habe die, das komplette Federmäppchen aus meiner Schulzeit habe ich konserviert und das liegt nach und vor... Wirklich? Natürlich. Hast du da auch, gehörst du, bist du einer Generation zugehörig, die Federmäppchen, ich habe dieses, ja schon, Federmäppchen, mit Kugelschreiber beschreibt? Hast du irgendwelche, weiß ich nicht, Balance-Draff-Symbole oder irgendwas? Das gab es natürlich in meiner Klasse viel mit so Tipp-Ex gearbeitet, damit das Weiße auf den schwarzen Federmäppchen haftet, zumindest so ein bisschen. Ja. Ansonsten hatte ich leider ein schwarzes Federmäppchen und habe darauf nichts beschriftet, weil ich natürlich ein Purist bin. Natürlich. Purist, Minimalist, Idealist. Natürlich. Nee, ich hatte einfach keine Freunde, die darauf geschrieben hätten. Das war das Problem. Hattest du mal ein Gipsbein oder Gipsarm? Oft, in so einer Phase zwischen der siebten und der achten Klasse, hatte ich richtig viele Gipshände und Arme. Warum? Weil ich mich oft verletzt habe. Also ich habe mir da so Dauern gebrochen. Beim Sport, also so beim Sportunterricht, beim Fußball und so, da passiert so was Schlittenfahren. Und da hat aber auch niemand beschriftet, weil dafür bin ich zu alt, also zu jung tatsächlich, weil es bei mir nicht mehr diese klassischen, tatsächlichen Gipse gab, sondern diese Spezialverbände, die selber aushärten, die dann in blau oder rot oder so sind. Und die sind schlecht beschriftbar, weil die so tiefe Poren haben. Da kann man ganz schwer drauf schreiben. Haben mir die anderen gesagt. Who knows? Dir hat mal jemand geraten, ein Tagebuch zu schreiben. Ja, mir hat mal jemand geraten, ein Tagebuch zu schreiben. Eine Therapeutin. Ja. Hast du das gemacht oder sind daraus deine Tweets entstanden? Ich sitze ja hier, weil ich mich gegen das Tagebuch entschieden habe und mir gedacht habe, also das Tagebuch kam mir so altertümlich vor als Medium. Und es wäre so ein bisschen übermäßig pathetisch gewesen, wenn ich mich jetzt dann abends immer im Kerzenschein wie ein Autor im 19. Jahrhundert mit so einer langen Pfauenfeder hingesetzt hätte und dann mit Tinte etwas auf Papier gebracht hätte. Das hätte sich falsch angefühlt. Stattdessen habe ich das Medium Twitter gewählt. Ich hatte eh diesen Account, der brach lag. Und ich bin nie davon ausgegangen, dass mir jemand jetzt folgt. Deshalb. Aber ich fand die Leute auf Twitter interessant und die Nachrichtenform, nämlich Text, großartig. Und deshalb habe ich mich für Twitter entschieden und habe halt gedacht, ich dokumentiere jetzt meinen Tag, meine Gedanken und all das außenrum. Auf Twitter schreibe kompletten Unsinn, kommentiere bei irgendwelchen Leuten, deren Werke oder deren Podcast ich gut finde. Und ja, jetzt sitze ich. Jetzt sitzt du in dem Podcast, den du gut findest. Mensch, du hast jahrelang, du hast schon als 14-Jähriger das erste Mal geschrieben. Nein, ist das nicht irre? Gucke mal. Weißt du was? Du warst fünf Jahre, als diese Sendung hier begann. Wirklich? Ja. Irre. Unglaublich. Deine Eltern haben dich jedes Wochenende gezwungen, dir das anzuhören? Ich weiß es nicht. Ich habe auch viel vergessen aus meiner Kindheit. Zum Glück. Aber wahrscheinlich sind sie riesige Fans und weinen gerade vor Stolz. Ja, hoffentlich. Und wenn nicht, dann sollten sie es werden. Im Übrigen, das ist jetzt vielleicht der Moment, in dem ich mal darauf hinweise, dass ihr euch die vergangenen Sendungen, ihr könnt euch ein Jahr lang rückwirkend die Sendungen anhören als Podcast. Zum Beispiel mit Annette Humpe, Miene, Anja Rützel, Gerhard Delling, Ina Müller, Jan Plevka, Hinnerk Schönemann, Arnim Teutoburg-Weiß, Campino, Andrea Petkovic, Franziska Weiß. Weiß und Weiß, was war denn das eben? Ist ja scheißegal. Ja, man kann Folgen auch mal zweimal anhören. Man kann es auch, richtig, ganz genau. Genau. Du erinnerst dich aber schon noch daran, was du über Twitter gesagt hast, das mit der Unanie. Also du hast es folgendermaßen formuliert. Twitter ist in Deutschland ein fortgesetztes Gruppengewichse. Könnte man sagen, das ist ein sehr gymnasialer, sehr elitärer Kreis, in dem sich vor allem Journalistinnen und Journalisten bewegen und alle, die es werden wollen. Twitter interessiert in Deutschland niemanden und hat trotzdem so eine große Strahlkraft in den Medien. Ja, das war gar kein so dummer Satz von mir. Das waren drei. Manchmal, ja, und es waren drei. Manchmal werden mir so Zitate oder Tweets von mir vorgelesen und ich denke mir, wann? Wann habe ich dir das gesagt? Warum? Aber ich glaube, daran hat sich auch in der kurzen Zeit seit diesem Zitat nichts verändert. Twitter ist tatsächlich ein sehr kleines soziales Netzwerk, in dem halt vor allem Menschen sind, die sich selbst darstellen wollen. Und zwar nicht so wie auf Instagram mit schönen Fotos, sondern mit irgendwelchen Statements. Und dazu gehören natürlich auch ich. Und auch ich bin ein gymnasialer Selbstdarsteller, der versucht, irgendwie seine eigene Meinung zu allem abzugeben. Trotzdem und obwohl es von so wenigen Menschen benutzt wird, niemand benutzt Twitter. Aber wenn man durch Uber... Du hast 170.000 Follower. Das sind ganz schön viele Leute. Das ist mehr als Teichingen und Tuchingen und wie all diese Dörfer noch heißen. Das stimmt, aber trotzdem sind es halt, ist das eine sehr kleine Minderheit, die Twitter benutzt. Aber sind das nicht die, wie man damals in meiner Generation im alten Europa sagte, Opinion-Lieder, die man heute Influencer nennt? Ja, aber schon auch langweilige Leute. Ach, wirklich? Also man kann gerne über diese InfluencerInnen und MeinungsmacherInnen reden, aber es ist dann letztlich halt trotzdem so eine Blase, in der man sich bewegt. Und trotzdem wird Twitter so immer so eine große Bedeutung beigemessen und so als große Internetplattform gesehen, die sie halt einfach in Deutschland nicht ist. In Deutschland ist es eigentlich nur LinkedIn für Schreiberlinge. Aha. Und dürfte ich nochmal was dazu fragen? Gesundheit. Okay. Hörbar Rost wird von einem Live-Publikum aufgezeichnet. Hörbar Rost wird gesponsert von Vic. Vic MediNight. Hilft zwar nicht gegen Corona, aber gegen Erkältung. Das Wirkungsprinzip von Vic ist übrigens einfach nur Bewusstlosigkeit. Toll, oder? Finde ich toll, weil wenn man schläft, kann man kein Schnupfen haben. Der Körper kann sich beruhigen. Der Körper kann sich kräftigen. Ja, wenn man so will. Wenn man nicht zu viel davon nimmt. So, das war Mariam Cilic, die betreuende Pflegerin und Redakteurin dieser Sendung, dieses Podcasts. Hat das denn funktioniert mit dieser Tagebuchnummer? Also ich dachte, Twitter ist doch sehr beschränkt in der Zahl der Zeichen. Aber das ist ja das Tolle daran, dass man in so, damals waren es noch 140 Zeichen, jetzt sind es 280, dass man seine Gedanken so kurz fassen muss. Das liegt mir sehr und finde ich ein angemessenes Medium, um seinen Tag zu dokumentieren. Damals habe ich das noch gemacht, jetzt mache ich einfach nur zusammenhanglose Witze. Naja, also ich gebe mal denjenigen, die überhaupt keine Idee davon haben, was du so machst. Ich habe da mal was vorbereitet. Nichts ist besser als Dinge, die für Schrift gemeint sind vorzulesen. Aber ich kann die jetzt natürlich auch ans Mikro halten und dann wird sie keiner sehen. Und im Übrigen ist ja das auch, dir muss ja auch noch eine Zukunft bevorstehen. Und du wirst wissen, dass in dem Moment, wo du rausgehst, Schreibe nicht gleich Spreche ist. Das ist schon, das muss ich bewähren. Also fangen wir jetzt mal oder setzen wir es mal fort. Zum Beispiel schreibt dieser junge Mann mir gegenüber, ich bin wie Arte. Meine Mutter hat mich seit Jahren nicht mehr angesehen, aber er zählt überall rum, wie gern sie mich mag. Funny. Das ist objektiv lustig. Mir hat auch gefallen, das ist jetzt nicht so eine Riesenverordnung, aber es skizziert die Haltung vieler Menschen. Am besten ist es, wenn man Witze damit ankündigt, dass sie wahrscheinlich nicht so witzig sind. Ich finde, nein, das wollte ich nicht sagen. Aber heute ist ein guter Tag, alle Gegenstände wegzuwerfen, auf denen steht, wie sehr du Kaffee, Wein oder Bier magst. Ja, das ist für mich ein sehr westliche Welt zentriertes Deko-Ding. Also egal ob USA, Frankreich, in jedem westlichen Land benutzt man diese Statement-Schilder und Tassen und T-Shirts, auf denen steht, dass man irgendwas mag. Und glaubt, man könnte sich damit von anderen differenzieren. Finde ich interessant. Finde ich auch gut irgendwie. Dann reden wir doch mal über das Gremium, wer eigentlich bestimmt, welche Haltbarkeit Pointen haben. Nehmen wir mal, ich habe gestern in Vorbereitung auf diese Sendung heute, bin ich so durch Twitter gelaufen und habe bei irgendjemandem den Kommentar gelesen, also bei dir irgendjemand geschrieben, ja, das ist so wie das Cappuccino-Wandtattoo, bla bla bla. Habe ich so gedacht, wer sich jetzt noch im Jahr 2021 für originell hält, weil er ein Cappuccino-Wandtattoo anführt als Skizze für irgendeinen Lifestyle, der ist im Grunde nicht besser als das Cappuccino-Wandtattoo. Das ist eine sehr gute Beobachtung, ja. Aber wer bestimmt denn eigentlich, wie haltbar, also diese Pointe vor fünf Jahren gemacht zu haben, war super, sie heute zu machen, ist lame. Aber wer urteilt darüber? Ich glaube, darüber urteilt niemand so richtig, weil es sicherlich da draußen auch noch jede Menge Menschen gibt, die das originell und witzig finden. Und das gönne ich denen, das ist schön. Ansonsten ist es, glaube ich, so der Daumen der Leikenden, der da entscheidet. Und wenn man eine Pointe bringt, eine tausendmal gehörte über zum Beispiel Cappuccino-Wandtattoos, dann wird das einfach nicht mehr so vielen Menschen gefallen. Aber das ist auch überhaupt nicht relevant, denn nicht jeder Witz wird von Einzelpersonen dafür gemacht, um ein Publikum zu unterhalten. Die meisten werden einfach nur gemacht, um drei Menschen um ihn herum oder um sie herum zu unterhalten. Und das ist vollkommen okay. Das ist bei dir anders, weil du schon, denke ich mal, ein Gefühl dafür entwickelt hast, auch wenn das eine irre große, heterogene Gruppe ist, 700.000 Leute, hast du wahrscheinlich schon ein ganz gutes Gespür dafür, was du raushauen musst, was den Leuten gefällt. Und, kleine Unterfrage, wenn du nach einer halben Stunde merkst, dass es zu wenige Likes gibt, löschst du die Sache dann? Ja, natürlich. Wirklich? Natürlich. Also ich bin ein großer Fan des Tweets löschen. Auch wenn ich zum Beispiel mich falsch geäußert habe und nicht gut genug darüber nachgedacht habe und da einfach unreflitierten Bullshit ins Internet geblasen habe, löscht es. Wer ist dein Korrektiv? Das Publikum. Aber da gibt es ja auch Idioten. Es gibt natürlich Idioten, aber es gibt so ein paar Menschen, an deren Meinung und an deren Argumentation ich mich da so festhalten kann. Und ich glaube, wenn man so viel Zeit im Internet verbringt wie ich, kann man das irgendwo mal ganz gut voneinander unterscheiden, wessen Kritik jetzt tatsächlich irgendwie einen Anhaltspunkt geben kann darüber, was mir selbst wichtig ist bei mir und wessen Kritik halt einfach nur anstrengend ist. Ich habe einen guten Satz gelesen, also mehrere Fragen von dir. Du hast in einem anderen Kontext mal gesagt, ich habe auch gelernt, ich zitiere jetzt sehr frei, dass auch Leute, die man nicht mag, gute Argumente haben können. Das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ja, ist es, aber es ist gut, das zu spüren. Und das geht ja auch in Richtung Diskurs, Konflikt, Diskussions, ich tue mich gerade sehr schwer. Also überall sehen wir, dass es so schwierig geworden ist, über relevante Themen angemessen zu diskutieren. Ich weiß es nicht, ob das schwierig geworden ist oder ob es einfach schon immer schwierig war. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich überhaupt keine Flexibilität mehr gibt. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehört habe, dass mir jemand gesagt hat, muss ich einen Moment drüber nachdenken. Oder heute sehe ich es so, morgen vielleicht anders. Ich warte, bis das bessere Argument kommt. Aber war es, ich weiß es nicht, ich habe früher noch nicht gelebt oder mich dafür interessiert. Aber war es früher so, dass es eine Schlagzeile war, Finanzminister denkt nochmal drüber nach und äußert sich dann morgen. Das gibt es ja nicht. Mir geht es nicht darum, ob Politiker, die sowieso da glaube ich ein ganz eigenes Regularium haben und gar nicht wissen, wie gut es ihnen stehen würde, wenn sie genau sowas nämlich sagen würden. Ich habe mich da getäuscht, sorry. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, kann ja nicht schaden. Ich finde, das ist Aufgabe der sogenannten Zivilgesellschaft. Das sind wir. Und ich finde, wir machen es nicht besser. Und deswegen weiß ich nicht, warum uns einfallen sollte, da jetzt die Politiker immer zu kritisieren, wenn wir es auch nicht besser machen. Also erstens mal, weil es ja ein Job von PolitikerInnen ist, besser als wir zu sein. Deshalb vertreten sie uns ja. Aber wir sind ja auch nicht homogen in unserem Urteil. Auf keinen Fall. Deshalb kommt es, glaube ich, in so einem demokratischen Prozess darauf an, Kompromisse zu schließen. Genau. Natürlich auch Fehler zuzugestehen, natürlich. Aber letztlich wählt man diese Menschen ja, weil sie in irgendeiner Art und Weise besser dazu geeignet sind. Das ist jetzt ein sehr einfaches Demokratieverständnis, ich weiß. Aber wir wählen sie als Repräsentanten unserer Meinungen und als Schließer von Kompromissen verschiedener Meinungen. Und deshalb ist es vollkommen okay, von PolitikerInnen mehr zu erwarten als von der Zivilgesellschaft. Weil auf denen lastet die Verantwortung von hunderttausender Menschen, die sie gewählt haben. Und ich glaube, dann ist das so ein Berufsrisiko, dass man da auch mal richtig schön Kritik abbekommt. Ja, kriegen sie ja auch. Kriegen sie auch. Du hast sicherlich recht mit dem, was du sagst. Ich vermisse es trotzdem und ich habe auch das Gefühl, dass man die Gesellschaft gar nicht unbedingt so spalten kann in die und wir und die Politiker haben. Weil letztendlich wünsche ich mir ja auch, dass Politiker und Politikerinnen die sind, die aus dem Volk kommen und gar nicht so einen Wahnsinnigen, gar nicht so anders sind, gar nicht so viel besser, sondern dass sie nämlich das repräsentieren, was wir sind, wer wir sind und überhaupt auch noch spüren, was Menschen umtreibt, die eben nicht in dieser Politikerblase sind. Aber welchen Hebel außerhalb von Wahlen hätte man denn, wenn man nicht so laut und auch zynisch und gemein Kritik äußern sollte, wie wir es jetzt tun? Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man in seiner Kritik und in seinem Verhalten auch unter die Gürtlinge schlagen kann. Natürlich im gewissen Rahmen Gewalt und Morddrohungen und so weiter geht nicht, aber ich finde, man kann sich hinstellen und sagen, Olaf Scholz, du bist ein Arschloch, wenn man dafür zwei Gründe hat und die findet man bei Olaf Scholz zum Beispiel. Gut, du hast wahrscheinlich auch aus deiner Perspektive da recht, ich sehe es nochmal, nein, weil ich sehe es, ich finde nochmal, dass so Reflexe, weißt du, es gibt auch so Beschützerreflexe, die dann auftauchen und die so eine Diskussion auch wieder ersticken in dem Moment, wo Menschen, deren Job es jetzt nicht ist. Bei dir ist es ja auch so, dass du da so eine Rauchbombe reinschmeißt und dann mal guckst, wie sich die Diskussion daran entzündet. Das ist wichtig, das ist dein Job wiederum. Wenn ich Menschen wie mich dabei beobachte, wie wir über bestimmte politische Themen diskutieren, fehlt mir oft die Elastizität und auch die, wie soll ich jetzt sagen, nicht Rücksichtnahme, aber ein Verständnis, eine Bereitwilligkeit, möglicherweise ein Verständnis für den anderen aufzubringen. Ja, und sich mal kurz in die Position des anderen hinein zu versetzen. Wenn es zu scharf wird, wenn zu scharf geschossen wird, dann gibt es nur noch ein Schwarz und Weiß und mir fehlen die Grautöne da drin. Ist wirklich so. Aber mir tut so eine klare Trennung eigentlich ganz gut. Ich finde das einfach, das ist herrlich. Keine Grautöne, nur Schwarz-Weiß. Wendy's Trash Can. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Das ist eine Hinleitung, bei der ich dir viel Glück wünsche. Das ist der nächste Song. Ebenso viel Müll wie die Meinung von Sebastian Hotz erleben Sie jetzt vor einem Wendy's-Schnellrestaurant von Roswell-Kid hier. Wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie den Cheeseburger zum halben Preis. Wendy's. Wendy's Trash Can. Was ist denn Roswell-Kid? Was ist das? Das ist so eine Band, die sich anhört wie sehr viele so pop-punkige Bands im Moment, die sich so ein bisschen den Sound von dem frühen Weezer-Album nehmen und dann einen neuen Song draus machen. Und dieses Pop-Punk-Revival, das wir im Moment erleben, gefällt mir sehr, sehr gut. Das liebe ich. Und ein Vertreter dessen ist sicherlich auch hier Roswell-Kid mit Wendy's Trash Can. Das ist ein herrlicher Song. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sebastian Hotz ist heute hier zu Gast. Ey, Hotzo. Und wenn Sie glauben, der hat ja nichts Anständiges gelernt. Haha, weit gefehlt. Du hast zwei Ausbildungen gemacht. Ja, ein duales Studium. Ein duales Studium, genau. Wie bist denn du da drauf gekommen, zu Siemens zu gehen? Die Geschichte ist sehr schnell erzählt und deshalb eigentlich ganz gut, finde ich. Und zwar hat sich einfach mein Banknachbar im Deutschunterricht irgendwo mal in der 12. Klasse bei Siemens beworben. Man hat mir das erzählt. Ja, ist voll cool. Man kann da studieren und bekommt trotzdem Geld und kriegt gleich Berufserfahrung und muss hier keine Praktika suchen in Semesterferien. Ist halt BWL, aber ist bestimmt ganz gut. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt so eine gewisse Orientierungslosigkeit, so wie sie halt viele Menschen vor kurz vor ihrem Schulabschluss haben. Und ich habe mich dann auf gut Glück und auf den letzten Drücker dort beworben in so einem Online-Assessment-Center, bei dem man so Tests machen musste. Und wurde dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und meine Noten in Mathe waren nicht berauschend zu diesem Zeitpunkt. Die waren eher schlecht. Und ich saß dann da auch so ein bisschen eingeschüchtert und underdressed. Da waren nur so Typen, über die ich mich jetzt lustig mache, mit so zurückgegillten Haaren und Anzügen. Und ich war da halt so in Jeans und einem schwarzen Hemd und wurde da von so erwachsenen Recruitern gegrillt in diesem Vorstellungsgesprächsraum. Und kurz darauf wurde mir gesagt, ja, du hast die Stelle. Und ich habe mich nicht besonders gut damit auseinandergesetzt, was es ist oder worum es im Studium geht oder wie das Ganze funktioniert. Sondern ich war dann einfach so, naja, dann haben wir das auch schon geregelt. Dann mache ich das jetzt ab Oktober dreieinhalb Jahre und dann arbeite ich dort, bis ich 70 bin. Das war mein Plan. Und ja, das habe ich relativ gut durchgezogen. Ich möchte nicht sagen, dass das ein fürchterliches Konzept ist, das man auf keinen Fall tun sollte, weil ich kann nur für mich sprechen. Und es ist bestimmt toll, was die da organisiert bekommen. Für mich war es scheiße. Aber ich habe es gemacht und durchgezogen und hat mich nichts gekostet, außer meiner geistigen Gesundheit. Ja, also ich habe was gelernt und ich habe auch schon was gearbeitet. Was hast du denn gearbeitet? Ich habe nach Abschluss meines Studiums, also nach den dreieinhalb Jahren, bin ich dann festgewechselt in das Büro, in dem ich immer mal wieder sowieso gearbeitet habe. Und habe mich um den Vertrieb von Serviceverträgen für Dampfturbinen gekümmert. Das klingt gänsehaft. Es ist der Sexappeal als Job. So ist es. Was hättest du denn gedacht, als du so 15 warst, was du beruflich machen würdest? Ich hatte eine große Affinität zu Journalismus und ich habe auch so ein sehr kurzes Praktikum beim Fränkischen Tag gemacht in Bamberg. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja Kind, du wirst entweder katholischer Pfarrer, weil ich warme Mahlzeiten mag. Aber du warst doch evangelisch. Ja, das ist ein guter Fact, gut recherchiert. Aber ich habe gesagt, katholischer Pfarrer, weil es würde mir besser stehen, weil ich gerne singe und weil ich immer warme Mahlzeiten bekommen würde von der Haushälterin. Ja, das stimmt. Mit der du dann ein heimliches Verhältnis haben könntest, Kartoffel, wie heißt das Kartoffel, hieß es nicht sogar Kartoffelverhältnis? Oder es gibt ein Wort dafür, doch, doch, doch. Und du könntest weiterhin Sünden begehen und um Absolution bitten. Das finde ich auch großartig. Das ist ein tolles Prinzip. String gern, das ist ein gutes Prinzip. Finde ich gut. Und ansonsten hat es mir geraten, irgendwas mit Sprache zu machen, irgendwas zu schreiben, woran ich dann irgendwann mal aufgehört habe zu glauben, weil ich gedacht habe, ich hätte kein Talent dafür. Und ich bin jetzt praktisch über den zweiten Bildungsweg dann doch noch reingerutscht, mit Schreiben, mit Wörtern Geld zu verdienen. Und das ist das absolut Schönste, was ich mir jemals vorstellen kann und konnte. Und manchmal denke ich daran, dass ich tatsächlich jetzt über diesen wirklich seltsamen Weg dahin gekommen bin, etwas zu tun, wovon ich mir immer geträumt habe und es nie geglaubt habe zu schaffen. Und das ist wirklich wunderschön und deshalb lächle ich ab und zu daran, wenn ich daran denke. Das finde ich sehr schön, wenn du lächelst. Und das ist ein sehr unzynisches und ein sehr ehrliches Lächeln. Bratkartoffelverhältnis heißt das. Ja, vielen Dank, dass du recherchiert hast. Noch köstlicher als das Kartoffelverhältnis. Bist du Zyniker? Absolut, ja. Ich bin zynischer, missgünstiger Mensch. Würdest du den Zynismus gerne loswerden und deinen guten Humor behalten? Ich kann mich, finde ich, da ganz gut mal reinkuscheln in den Zynismus. Okay, das heißt, du spürst, wann du diese Decke auflegst und du kannst sie dann auch bewusst wieder ablegen. Das ist wieder Selbstreflexion, bei der ich nie weiß, ob sie komplett Fehleinschätzung ist oder tatsächlich eine richtige, korrekte Einschätzung meiner selbst. Ich hoffe, dass es so ist. Bei Humor ist ja die eine Sache eine schöne, so eine gewisse Temperatur. Wenn das so ein Koks-Zynismus, so ein kalter Zynismus, der ist halt irgendwie, finde ich so, der hat eine zu scharfe Klinge. Nein, das auf keinen Fall, weil das wäre ja auch so eine komplette Distanzierung von dem, was ich schreibe und tue und das ist es nicht. Ich bin da immer schon mit gemeint und immer mit drin. Erwachsen, hast du vorhin gesagt. Was assoziierst du mit dem Wort? Ein gewisses Angekommen sein im Leben, eine Sicherheit und ein Plan für das, was in fünf Jahren ist und auch so eine gewisse Knöchernheit, eine Steifheit, die aber sich negativ anhört, aber das gar nicht so sein muss. Erwachsen sind Dinge wie Zahnzusatzversicherungen. Also bist du erwachsen? Auf eine Art, ja, auf jeden Fall. Also ich war schon erwachsener, als ich jetzt bin. In diesem Büro mit den Dampfturbinen? Absolut, da war ich sehr, sehr, sehr erwachsen und ich finde, man kann das sehr schön als Schimpfwort benutzen und es ist auch eine lustige Art, einen Witz anzufangen. Erwachsene tun dies und dies, weil es eine nicht definierte Gruppe ist und zu der ich ja eigentlich auch gehöre. Das finde ich sehr, finde ich funny, das finde ich lustig. Ich habe keine Ahnung, wie ich die nächste Band oder den nächsten Künstler anmoderieren soll. Ich kann es machen. Ich habe mal ein halbes Jahr Praktikum beim Uni Radio Bielefeld gemacht, herz 87.9, vor einem Jahr ungefähr. Ah, okay und du warst auch mal so ein Phantom-DJ von mir. Ja, das ist toll. Schön, das hat ja auch mal existiert. Wahnsinn. Ich war oder bin eigentlich Teil der Band von Mia Morgan. Die Band besteht jetzt aus richtigen Musikern, die richtig Instrumente spielen und davor bestand die Band nur aus mir und einem Laptop. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich keinerlei musikalische Talente, aber ich kann zur richtigen Zeit auf eine Leertaste am Laptop drücken, um die Backings abzufeuern. Und dafür habe ich mir eine Vampir-Bluse gekauft. Was ist denn eine Vampir-Bluse? Eigentlich ist sie als Piraten-Bluse. Ah, die haben so weite Ärmel und so. Und Rüschen und ja. Und ich habe mir weiße Kontaktlinsen in die Augen gemacht und so Zähne eingesetzt und mir Blut aus dem Mund laufen lassen an der richtigen Stelle. Du trägst auch T-Shirts mit Menschen, deren Gesichter blutbenetzt sind. Das hat was mit deinem Podcast, glaube ich, zu tun, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein My Chemical Romance Pulli. Oh, sorry. Das ist auch ein Band-Pulli. Aha. Wir machen ja Musik ein bisschen. Wir machen ja Musik ein bisschen. Und da kommt auch schon der DJ ein bisschen raus. Dann würde ich dich einfach mal bitten, den folgenden Song selbst anzumoderieren. Ogre? Ja, Ogre mit Minus. Das ist ein Nebenprojekt. Nee, das musst du jetzt machen wie ein Radio-DJ. Also bitte. Bielefeld. Herzlich willkommen auf... Das geht raus an alle Trucker auf der A3. Bleibt stark. Geht doch. Macht den Asphalt zu eurer Lady. Und jetzt kommen die Töne der Band Ogre mit dem Song Minus. Viel Spaß. Das geht raus. Sebastian Hotz, El Hotzo, sitzt heute hier hörbar at radio1.de. Sie können uns eine E-Mail schicken. Es ist ja schon erstaunlich, dass du seit vier Jahren als dieser Typ durch die sozialen Medien geisterst und begeisterst und dich aber lange gar nicht davon ernähren konntest. Ja, natürlich nicht. Nein, das ist nicht natürlich. Das ist schon auch noch ein neues Beobachten einer neuen Art von… Ich weiß nicht, ob sie so neu ist, weil letztlich mache ich das, was tausende andere Menschen auf Twitter auch machen. Ja, das ist klar, aber trotzdem ist es immer noch verhältnismäßig neu auf die Menschheitsgeschichte bezogen und auf die Kommunikation. Selbst auf elektronische Medien bezogen ist das einfach so, dass normalerweise gab es immer Leistung und dafür auch eine gewisse Art von Bezahlung. Und sei es, dass es durch solche Ideen wie GEMA auch unterstützt wurde. Ja, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Durch die sozialen Medien stellst du ungefragt, du jetzt als Vertreter für viele andere auch, deinen Honig vor die Tür und der wird abgeholt und abgeholt und abgeholt und abgeholt und du produzierst nach und stellst nach. Aber es gibt ja in dem Sinne keine Bezahlschranke. Das ist richtig und ich glaube, dass das auch angemessen ist, dass es die nicht gibt. Weil ich habe ja die Wahl, ob ich meine Tweets in diesem Fall jetzt öffentlich auf die größtmögliche Bühne stelle und dafür nichts bekomme. Oder ob ich sie irgendwo verstecke und will, dass Menschen dafür Geld verdienen. Reichweite wird man mit bezahlten Inhalten nicht bekommen. Die muss man sich mit Gratis-Inhalten schaffen. Außerdem ist das Schöne daran, um mal einen positiven Aspekt vorzukehren, das Schöne daran, unbezahlt zu sein, ist, dass ich meinen Followern nichts schuldig bin. Absolut nichts. Wenn ich einen Tag lang nichts mache, mache ich halt einen Tag lang nichts. Ja, es gibt immer wieder Tage, an denen ich nichts mache, weil sich an diesen Tagen Witze machen für mich falsch anfühlt. Sei es aus persönlichen Gründen oder aus gesellschaftlichen. Zum Beispiel am Jahrestag des Hanau-Attentats habe ich keinen Witz gepostet. Oh Gott, weißt du, mir fällt dazu ein, es ist ganz, ganz schlimm. Ich war, als Charlie Hebdo passierte, war ich bei Ikea und habe, als ich zurückkam, ich habe das alles nicht mitbekommen, und habe dann geschrieben, nie wieder im gelben Pullover zu Ikea. Und habe dann überhaupt erst gespürt, dass überall so schwarze Bilder gepostet wurden. Und das war so schrecklich, weil ich Stunden später feststellen musste, dass Leute wirklich dachten, ey, du bist ja echt ein Arsch, sowas passiert und du machst so einen Gag. Ja, aber das ist ja auch, also es wäre schlimmer gewesen, wenn du einen Gag darüber gemacht hättest. Ich mache jetzt gar kein Beispiel, was du für einen Gag hättest machen können. Das ist aber so offensichtlich nicht, keine Bewusstsein darüber. Wie oft kommt es vor, dass du nichts postest? Also aus so gesellschaftlichen Gründen und aus so einem Pflichtgefühl, dass heute Witze machen sich schlecht anfühlt, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr. Ansonsten, aus persönlichen Gründen, seitdem ich das auch auf Instagram mache, ist das nie passiert. Okay. Du hast tatsächlich, als du schon diese Bekanntheit hattest, diese Reichweite, hast du einen Job in der Bäckerei gemacht? Und das will ich jetzt gar nicht, das versuche ich auch so wertneutral wie möglich zu sagen. Fakt ist, dass die Leute wahrscheinlich sich eher gedacht haben, dass du in Redaktionen sitzt, Texte für Leute schreibst oder so. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich so 60.000, 70.000 Follower auf Instagram hatte, habe ich natürlich noch Nebenjobs gemacht, wie jeder andere Studierende auch. Natürlich, also warum sollte ich denn keinen machen? Weil ich weiß, wir haben uns schon im Vorgespräch darüber ein bisschen gestritten, ob das jetzt eine kreative Leistung ist, Tweets zu schreiben. Ach so. Und teilweise finde ich das eine kreative Leistung, aber eben nur teilweise oft, das ist halt einfach nur ein bisschen hirnlose Gedanken rauswaschen. Und das ist für mich nicht in dem Sinne eine kreative Leistung, als dass ich dafür Geld verlangen würde. Aber damit beleidigst du ja im Grunde deine Beurteiler, die das nicht hirnlos finden. Dann seien sie hiermit beleidigt. Viel Spaß damit. Ja, Totschlagargument, so. Also das ist jetzt so ein bisschen, warum, darum. Es ist ja, du sagst, es ist hirnlos, es ist ja, es ehrt dich, wenn du nicht denkst, du bist die hellste Kerze auf dem Kuchen, so ist gut. Aber trotzdem kann, willst du es nicht aushalten oder willst du es nicht sehen? Also ich finde, ich rede ja durchaus ein bisschen relativierend, ich finde einfach nicht, jeder, der zehn Tweets, die ich jeden Tag irgendwo hochlade, ist einen Pulitzerpreis wert. Ist auch wahrscheinlich so. Und ich finde auch, dass man das sehr realistisch sehen muss, dass vielleicht in einem Monat fünf dabei sind, von denen ich mir sage, hey, das war eine coole Kombination von zwei Gedanken, die witzig ist. Und dafür ist es einfach zu unregelmäßig und zu unplanbar, als dass ich das als große kreative Leistung sehen würde. Okay. Ich kann, und das ist mein Social Media für mich, ich kann darauf aufbauend vielleicht weitergehende Jobs machen, wie ich es gerade eben tue. Machst du ja jetzt gerade, genau. Also du hast, ich weiß, vor einem Jahr ungefähr hast du für einen kleinen Artikel in der Taz noch 25 Euro bekommen für so eine kleine, weiß ich nicht was. Inzwischen bist du, hey, bei Böhmermann, bist Autor fürs Magazin Royale. Seit wann? Seit ungefähr einem Monat. Okay. Also ich durfte schon vorher mal ein bisschen reinschnuppern. Genau, das ist jetzt so eine Wertschätzung, finde ich, dessen, als dass ich jetzt für Wörter, die ich schreibe, auch ein bisschen Kohle bekomme. Das ist sehr, sehr schön. Du hast darauf angesprochen, weil natürlich gab es auch vorher schon Leute, die gesagt haben, hey, du musst ein Bühnenprogramm machen. Da warst du auch nicht ganz abgeneigt. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber es gab zumindest mal eine Zeit, da konntest du es dir vorstellen. Ja, also ein Bühnenprogramm ist erstens ein bisschen vermessen in der Zeit, in der wir reden, zu planen, weil nicht mal arrivierte Künstlerkinnen dürfen im Moment auf eine Bühne. Aber ich habe einen sehr großen Respekt davor, mich auf eine Bühne zu stellen und Witze zu performen, aus dem Grund, dass es eben ein anderes Medium ist und dass Sachen wie Timing, eine Ausstrahlung und auch so das Tempo so einer Veranstaltung etwas ist, das extrem von Erfahrung abhängig ist. Und am besten schafft man diese Erfahrung eigentlich, indem man sich fünf Jahre lang jedes Wochenende auf eine dreckige kleine Comedybühne stellt und die ersten zwei Jahre nur runtergebuht wird. Und würde dich das reizen? Prinzipiell ja, weil direkte Bestätigung durch Applaus und direktes Lachen Menschen, die vor mir sitzen, ist tausendmal wert als jeder Like. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Und langfristig kann ich mir das sehr gut vorstellen. Allerdings ist das etwas, wovor ich sehr viel Respekt habe und wofür ich einfach Erfahrung brauche. Und es haben schon andere Internet-Hypes vor mir gedacht, Das, was auf YouTube, auf Facebook, sonst wo funktioniert, das mache ich jetzt einfach auf einer Bühne und sind daran fürchterlich gescheitert. Letzte Woche oder so war eine TikTok-Influencerin bei Jimmy Fallon zu Gast. Oh la la. Und hat so Tänze performt. Ach stimmt, ich habe es gesehen. Und das war unglaublich unangenehm, weil nämlich diese TikTok-Tänze auch damit funktionieren, dass sie im Hochformat sind und dass sie eben nur die Tänzerin zeigen. Sie war eine Tänzerin auf einer riesigen Bühne neben Jimmy Fallon und hat da getanzt. Und das war einfach nur nicht von dieser Welt, weil es überhaupt nicht gepasst hat. Das Format hat in keiner Weise zu der Kunstform des Tanzes des TikTok-Tänzes. Sehen das auch andere so? 100 Prozent. Die ist ja sexy und hat ganz viele Follower und hat sich da schon präsentiert als, ich weiß nicht, wollte sie die Massen? Natürlich. Also wenn mir jemand sagt, du darfst jetzt bei Böhmermann ein Glas Gurken essen, dann würde ich das tun. Und habe es getan. Und das war vielleicht genauso unangenehm wie diese TikTok-Tänze. Aber es ist schwierig, eine Kunstform von einem Medium ins andere einfach zu übertragen. Funktioniert nicht so einfach. Bring me the horizon, hast du mitgebracht. Can you feel my heart? Ich würde mir so sehr wünschen, dass du... Das ist eine super Überleitung eigentlich, weil ich gerade von TikTok geredet habe. Und dieser Song ist von einem, ich glaube, fünf Jahre alten Album, sechs Jahre alten Album und hat gerade eine Renaissance eben durch TikTok und hat unglaubliche Klickzahlen in diesem Jahr dazu gewonnen, weil dieser Song eben auf TikTok, dieser neuen App, die auch für mich ein neues Land ist, weil der da so viral gegangen ist wieder. Und das ist total interessant, dass das funktioniert. So wie letztes Jahr Fleetwood Mac auf einmal wieder Millionen Klickzahlen hatte, wegen eines TikToks. Und so ein bisschen ist es auch mit dem Song Can you feel my heart? von Bring me the horizon. von Bring me the horizon. Can you hear the silence? Can you see the dark? Radio 1, die Hörbar Rust immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und immer als Podcast zu Gast ist heute Sebastian Hotz. El Hotzo, du wirst erstmal weitermachen mit dem, was du machst, denke ich. Aber es gibt erstens noch Projekte, über die wir noch nicht sprechen können. Die klassischen ungelegten Eier, wo es heißt, wollen wir nicht im Herbst? Nee, wir wollen ihn jetzt haben. Okay, dann kann er über das, das und das noch nicht sprechen. Gut, in Ordnung. Das heißt, da ist also einiges, was offenbar kommt. Dann vielleicht noch ein ganz kurzes Statement von dir zu deiner Arbeit bei Böhmermann. Letztendlich ist das schon interessant. Was machst du da, zumal du vor einiger Zeit noch gesagt hast, du könntest dir nicht vorstellen, Texte für andere zu schreiben? Ah, das erste Musik-Express-Interview, das wird mir immer wieder zum Verhängnis. Nee, ich möchte nicht der nächste Gag-Autor sein, der die ganze Zeit betont, dass er bei Böhmermann arbeitet. Ja, ich schreibe da mit, ich gestalte ein bisschen die Sendung mit. Ich bin ein klassisches Mitglied des Writers' Room, so wie man es aus ganz vielen anderen Fernsehsendungen auch kennt. Okay, so, aber jetzt kommen wir mal zu deinem Writing, deinem Private Writing. Es gibt ein Projekt, wir wollten nochmal über die Lüge sprechen. Ein Herzensprojekt. Ein Herzensprojekt. Es gibt wahrscheinlich zwei Herzensprojekte, ich weiß nicht. Das Buch über die Lüge, ist das realistisch? Das ist realistisch und wir können uns nächstes Jahr nochmal darüber unterhalten, Anfang nächsten Jahres. Alles klar. Dann werde ich nämlich händeringend nach Reichweite suchen, weil ich sie verloren habe. Oh, das ist doch gelogen, das ist doch quatsch. Nein, das glaube ich nicht. Nein, 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 so wird es nicht sein. Gut, dann machen wir das nächstes Jahr. Dann war der Cliffhanger ja total gelogen. Ja, aber das ist on-brand, das ist doch super. Scheiße. Gut, aber es gibt ein Fotobuch, das du mit deinem Freund Max machst. Max Sand. Max Sand. Der heißt aber nicht wirklich so wahrscheinlich. Doch, natürlich heißt er so. Max Sand. Ein Name wie ein Markenname, finde ich toll. Es gibt ja einen, Steve McQueen hat mal den Max Sand gegeben in einem Film. Ja, aber der ist tatsächlich so. Toll. Und dieser Name hat für mich so eine Aura, dass man ihn ganz aussprechen muss. Max Sand. Super, Max Sand. Finde ich toll. So, was macht ihr zusammen? Wir haben zu zweit eine Leidenschaft, die ich schon angeteast habe vorhin. Und zwar eine Leidenschaft für die hässlichen Orte. Diese hässlichen Orte sind im Moment oft im Internet, aber es gibt sie auch in echt. Und sie müssen gar nicht so oberflächlich hässlich sein oder auch innerlich hässlich sein, sondern so eine Hässlichkeit von Orten kann ja auch durch das Image, das Leute von diesem Ort haben, kommen. Und ein Ort, an dem wir das gefunden haben, diese Absurdität, ist der Skiort Willingen im Sauerland. Nicht Willingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, sondern Willingen-Schwenningen, sondern Willingen in Nordhessen. Ein klassischer Familien-Skiort und Wanderort, den wir im letzten Jahr gemeinsam erkundet haben. Warum? Warum seid ihr denn da hingefahren? Weil wir solche Orte, Max solche Orte sehr, sehr liebt und bereit ist, Stunden an Zeit zu investieren, um sie zu besuchen. Und ich habe ihn nur allzu gerne begleitet in unserer immer tiefer werdenden Freundschaft. Und wir waren in den letzten Jahren sehr oft dort. Max Sand hat unglaublich viele Fotos gemacht und ich habe Eindrücke darüber gesammelt. Und wir haben diese Eindrücke von Fotos und Gedanken, die ich in so einer abgerissenen, fast schon Tweetform unterbringen werde in diesem Buch. Ja, zusammengefasst zu einem Fotobuch, das skurril ist, das nicht vorverurteilt. Nein, nein, kein Stück. Also wir hatten am Anfang lang diese ein bisschen herabblickende Art, wer geht denn da hin? Na, wenn du sagst, hässliche Orte. Hässliche Orte bezog sich darauf, dass das Image dieses Ortes hässlich ist. Denn in Wirklichkeit ist Willingen... Willingen ist all das, was man erwartet und trotzdem nichts davon. Und das finde ich sehr, sehr schön. Willingen ist so ein spanischer Badeort, den man ins Hochsauerland gebeamt hat. Und das ist ein ästhetisch anspruchsvolles Projekt, das sehr tiefe Spuren in mir hinterlassen hat, auch musikalisch. Und ja, ich bin sehr zufrieden und es ist tatsächlich ein Herzensprojekt, das in den nächsten Wochen richtig erscheint bzw. angekündigt wird. Die Vorbestellungsphase wird angehen, mit der wir die erste Auflage finanzieren. Und das wird wirklich toll. Ich freue mich da sehr drauf. Dein erstes Buch. Mein erstes Buch auf eine Art und vor allem halt eine Zusammenarbeit mit wirklich meinem besten Freund. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben da etwas geschaffen, was auf jeden Fall Spaß macht. Dich hat ja schon mal ein sehr prominenter Verlag angefragt, ob nicht deine Tweets in Buchform erscheinen sollen. Also es war kein prominenter Verlag, es war so eine Autorenagentur, eine Literaturagentur, die gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und halt so in dem Stil, wie so viele vor mir gemacht haben und so viele auch nach mir noch machen werden. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich es unglaublich unangenehm finde, das zu tun, weil das ist dann halt einfach ein Witzebuch. Mir wurde zu Weihnachten ein Witzekalender geschenkt, als ironisches Geschenk. Und so wäre dann halt auch mein Buch. Und das würde genauso wie all diese lustigen, abgedruckten Chatverläufe. Du hast gesagt, nicht auf der Toilette in Studenten-WGs liegen. Doch, genau dort wird es liegen. Ich habe das schon mal gesagt. Dreimal oder viermal. Du musst dir jedes Mal was Neues ausdenken. Das erwarte ich von dir. Na gut. Wo soll es nicht liegen? Es soll nicht, ja, es sind leider Toiletten. Es sind immer noch die Toiletten in WGs. Es sind immer Toiletten. Fehlt dir das? Du hast jetzt zum Ende der Sendung, kannst du es bekennen, du bist jetzt, ich weiß nicht, hast du vorher immer in WGs gelebt? Auf jeden Fall wohnst du jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr in einer WG. Ich wohne seit einem Jahr, seit mehr als einem Jahr, seit anderthalb Jahren nicht mehr in einer WG. Davor in Bielefeld auch schon in einer Wohnung allein. Und ich vermisse es wirklich kein Stück. Ich habe in fünfer WGs gewohnt, ich habe in siebener WGs gewohnt, ich habe in dreier WGs gewohnt. Und ich vermisse es wirklich kein Stück mit keinem, mit keinem Fitzelchen von mir. Auch wenn ich jetzt gerade natürlich so ein bisschen Nachteil dadurch habe, weil so eine WG ist gerade in so einer Pandemie natürlich ein Stressfaktor. Aber auch so ein bisschen, zumindest so ein bisschen soziale Kontakte. Und das kann ich im Moment nicht von mir behaupten. Aber so ist es. Wir sind durch. MGMT hast du mitgebracht mit Little Dark Age. Warum dieser Song? Weil es ein Song ist, den ich am Anfang gehasst habe. Genau wie dieses ganze Album, auf dem dieser Song erschienen ist. Und das durch so stete Wiederholungen besser geworden ist. Und das ist so ein Sonntagmorgen Kaffee-mach-Song. Und das finde ich gut. Ein melancholischer Song. Ist dir das mit Menschen schon häufiger passiert, dass du die erst völlig scheiße gefunden hast, um dann festzustellen, nee, ganz im Gegenteil. Nee. Nein? Kann ich ehrlich sagen. Viele Menschen, die ich so auf Anhieb scheiße finde, da lasse ich es auch gar nicht, da lässt mein Ego gar nicht zu, dass ich die Meinung über die ändere. Wer ist dieser Mann? Sebastian Hotz, El Hotzo. Und wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben oder weiß ich nicht, vor 10, 20 Minuten, was fällt Ihnen eigentlich ein? Dann können Sie dieses Gespräch nochmal als Podcast nachhören. Bei Radio 1, über YouTube, ach, über verschiedene Podcast-Portale auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag. Und wenn Sie irgendwie jetzt, keine Ahnung, gute Laune haben oder meinetwegen auch aus dem Mitleid, eigentlich ist es mir egal, dann wählen Sie doch für die Hörbar, denn der Deutsche Podcast-Preis wird ausgerufen. Und bis zum 18. April haben Sie noch die Gelegenheit, Ihre Stimme abzugeben. Jeder nur eine Stimme, jede nur eine Stimme. Und unter www.deutscher-podcastpreis.de können Sie wählen. Ich danke dir, dass du heute hier warst, Sebastian. Schönen Sonntag. Tschüss. Schönen Sonntag.